. Alles klar, dann bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt als erstes machen müssen. In der ersten Runde, so. In der ersten Runde so schön. In der ersten Runde. T sind wir. Oh. Ja. Das wäre jetzt ein dummer Taktik, get drunk and play Counter-Strike. If you steal a gun, you must ignore everything around you, run for the gun and reload it. You need to kill one enemy with it before you can switch weapons. Also, wenn jemand ne Waffe sieht, die muss er aufheben, reloaden und damit einen töten. Geil. Okay. Und dann, dann darfst du jetzt die Waffe wieder wechseln. Also, ja, zwei von euch über ne Waffe gelaufen, ey. Ich hab die da extra hingelegt. Also, einer es hat. Also, wenn einer umfällt, muss man sofort hinsplitten und die Waffe holen, ne? Oh, sieben AP. Patrick hat mich doch nicht angepasst. Oh, da liegt die Waffe. Hast du die? Ich hab die und lad grad nach. Und dann mach ich den nächsten nicht fest. Oh, ich hab die nächste Waffe. Am Stein. Am Stein zwei. Ja, ich muss nachladen. Zwei aufm Spot jetzt. Oh. Oh. Komm einfach ab, Malte. Oh, scheiße. Ich muss die Waffe holen. Oh, scheiße. Ich hab sie. Ich hab sie. Guck mal, das ist so. Du musst alles nicht probieren. Ja, das war eine gute Taktik für die. Also, wir müssen fünf Smokes kaufen. Oh. Move team to somewhat near the side. Wir müssen uns nah am Bomben Spot aufhalten. Und dann. Wir müssen jetzt sozusagen einen Tunnel aus Smokes bauen, wo wir durchgehen können. Also, wir machen einfach B lang, oder nicht? Ja, B lang. Ja, B lang. Und smoken wir da alles zu, dass wir da durchgehen können. Also, immer so einer wirft die Smoke, dann muss der nächste direkt wieder vorwerfen, sodass alles zugesmoked ist. Und dann müssen wir durch. So, Patrick, fängt an. Aber weiter vorne, oder? Aua. Ich bin full. Alle sind full, irgendwie. Einer ist oben, einer ist oben. Einer ist oben. Ja, aua. Ja, er schiebt die rein. Ne, wir müssen weiter. Wir können weiter. Die Smoke ist weiter. Einer ist unten. Ja, ihr könnt runter. Oben ist einer, oben ist einer. Immer noch hinten. Ja, ist egal. Wir müssen hier smoken. Aber keine Smoke. Wir können weiter. Oh nein! Nein! Okay, so. Klappt, Leute. Alles klar. Es ist ein Mörder-Mystery-Plot. And the murder must be found. Whenever a teammate is killed, you must kill their killer before you can dispatch any other enemy. Also, refrag time. Ich würde sagen, wir gehen A. Wenn einer von uns getötet wird, müssen wir den Mörder aufspüren und den töten. Auf jeden Fall. Ist auf A einfacher. Da stehen sie nicht auf dem Fleck. Nehme ich mir den Revolver jetzt zur Hand. Ich bin den Cop und ermittle. Achso, ja noch nicht. Noch ist ja nichts passiert. Der hat auf jeden Fall einen Hit im Water. Oben ist einer. Ja? Das ist jetzt ja egal. Oh Leute, der hat auch nicht. Nein! Ne, ne. Lass mal unten lang. Oh nein, Ratz. Ich bin tot. Ratz und Y. Ratz und Y. Ratz und Y müsst ihr jetzt erst töten. Nein! Ratz noch mal. Oh. Das seid ihr weiß. Er wollte auf mich schießen. Ich hab mich nur gewehrt. Das ist aber nicht Ratz, oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte erst mit dem Fadenkreuz drauf. Jetzt darfst du den töten. Scheiße. Der hat nur ein Funken Geld gehabt. Jetzt haben wir ja Ratz. Oh. Call of Duty MLG Pro heißt die Taktik. Wir dürfen nicht schleichen. Gehen. Oder auf Recoil Rücksicht nehmen. Wir müssen um jede Ecke springen. Okay, das ist Zeit für ne P90. Run, jump and spray like an MLG Pro. Ey, krass. Ich hab ne AK. Nein! Ich hab ne AK. Wir müssen... Also, Ding. Wir dürfen nicht stoppen, ne? Und um jede Ecke. Wir müssen um jede Ecke springen. Oh leil. Und CD-Stay springen cool. Das kann nicht. Oh, da ist ne AWP-Honspot. Achtung! Tor! Einer Dropper drin. MLG! Letzter Bomb ist auf die Down übrigens, ne? Ach so. Ah! Ah! Ecke! 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 Wui! Oh, Recoil. Ich würd' lieber ne MP nehmen bei dem, wo du nicht auf Recoil achten musst. Fast, da sind Ecken. Hinten Schicken hat er nicht. Oh nein! Das sind einfach nicht so die Taktik. Alphabetical order. Everyone in the team must line up and move behind each other, but the line has to be in alphabetical order. You are allowed to use any gun. Ähm, wie macht ihr das mit nem chinesischen Zeichen? Das ist mit T. Ich fang mit T an. Ne, wir fangen alle mit D an. Ne, ihr drei und dann Tiger, Kitty und ich. Ich hab'n Herz, ja. Ja, ich geb'n der letzte Fall in der Korn. Ja, ja. Schiberto ist, äh. Schiberto ist, äh. Schiberto, ich. Ja. Folgen sie mir. Ich muss als fünftes laufen. Halt, halt, ja. Okay. Und, aber trotzdem abballern und so da wie andere, ne? Ja, wir dürfen jede Waffe nehmen. Wir müssen halt immer hintereinander laufen. Hey, Macarena. Oh, ey. Jetzt kommt da. Ja, ich bin voll. Lass einen weg. Ihr dürft nicht so schnell laufen. Ich hab'n AWP. Runter. Ich verliere den Anschluss. Geh'n runter. Jetzt gehen wir nach links und dann gehen wir da rein. Achtung, da können Gegner sein. Der ist oben, der ist oben da, du. Weiter, weiter, weiter. Geh'n nach rechts. Ich geb' euch Backup. Lass, wir gehen nach rechts? Wo sind wir drauf? Wo sind wir drauf? Ich drehen wir einmal hier. Drehen. Hier, ey, ich hab' einer. Ey, da hat einer geschummelt. Weiter. Grün hat geschummelt. Ich weiß nur die Waffe haben. Geh'n wir nach rechts hier. Oh, da wohnt ne Flash. Ander ist beim Car. Und der gleiche. Dann biegen wir direkt hier nach links ab hier runter. Ja, wir müssen hier eh hinterher laufen. Einer ist oben drauf und einer am Truck. Truck. Ja, ich muss planten. Ich muss planten. Da oben ist einer. Die Reihenfolge ist unterbrochen. Schön. Ihr müsst hintereinander weg und hinterher laufen weiterhin, ne? Also, blöd waschen. Ich glaube, wer ist Connect da reingekommen. Ich muss jetzt hinterher laufen bleiben. Ja, ich weiß, dass es hinterher laufen muss. Ich glaube, jetzt ist er schon am Spot. Also, am Truck. Ist er am Truck. Hat der Arfe. Hat der Arfe. 50er hin. 50er hin. Hinter dem Truck rechts. Easy. Oh nein. Schafft er nicht mehr. Unserer erste Runde, Leute. Unserer erste Runde in den Truck. Die funktioniert. Die Arfe. Die Arfe. Die funktionieren. Muss man die dann nochmal machen? Ähm. Kill confirmed. Whenever someone gets a kill, type in all chat. Kill confirmed in Caps Lock. Oh nein. Ich pack's mir auch schonmal hin. Zwischenspeicher. In Caps Lock alles, ne? Ja. Kill confirmed. Das heißt, wir können... Oh nein! Was kauf ich mir für Scheiße? So, endlich kann man auch mal alleine rumrennen. Ja. Man kann das nicht immer so einflößen. Ja, schreiben wir. Schreiben wir, Leute. Nein. Ja, ne. Du musst nur schreiben. Ach so. Ja. Nur der, der den Kill confirmed hat. Ja, klar. Geht's. Patrick. Das ist ihn, Patrick. Jetzt müsst ihr beide schreiben. Alex, du auch. Lass mich was walken, Patrick. Mike. Der ist hier. Ach nee, das sind die Jungs. Das sind die anderen. Ich bin schon so weit auf dem Spot drauf. Ja, und wo ist die Bombe hinten? Die hat wieder einer geplantet, ey. Klassiker. Die ist unten, Mike. An der Barrel gewesen. Ja. Linkt am Barrel. Da ist... Da ist einer von dir drin gerade, ne? Ich bin das. Door, 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 door. Einer von hinten. Oh nein! Ich hab kein Armour. Das geht auf Mike. Nein, Mike. Wir haben ihn direkt confirmed, ey. Mike, du musst doch confirmen. Mike, Mike. Mike, Mike. Oh. Wir haben verschrieben. 5 Euro in die Kasse. Wir müssen die ganze Zeit unsere Push-to-Talk-Taste drauf haben. Die ganze Zeit. Hello, my friends. Wir müssen die ganze Zeit Push-to-Talk drücken. Luke hört nämlich nicht, weil ich mein Programm aushaben. Ja, ist egal. Wir müssen die ganze Zeit pushen. Ja, ich kann dann halt nicht in-game reden, ne? Im TS meine ich. Ja, das ist egal. Dann hört ich ja trotzdem einmal die ganze Zeit in den Rückteilen. Ja, nein. Meine richtige Push-to-Talk-Taste lass ich dann los. Ja, ja. Ja, das ist ja... Das ist ja egal. Das ist ja egal. Okay. Ich kann meine A-Taste nicht benutzen. Das ist voll behindert. Ja, ich muss auch. Ja, ich kann weder Waffe wechseln, noch schleichen, noch sonst was. Also ich hab alles auf die Maus gelegt zum Glücklicherweise. Ja. Ich kann nur geradeaus gehen und schießen. Das reicht ja auch. Ich konnte nicht auf die Euro durchgehen, weil mein kleiner Finger kann sie nicht sehen. Also einer ist so ein Dropper, der hat 4 AP. Ja, einer. Dropper 4 AP, den hol ich mir. Ja, ja. Oh, ich kann nicht laufen. Der ist da hinten. Da rechts da hinten. Boah! Oh mein Gott, das ist echt leise. Patrick geht aber ganz schnell mit seiner Push-to-Talk-Taste gedrückt. Siebziger Hit, der hat einen Siebziger Hit, der letzte. Nice, nice. Deiner Killstealer! Wir dürfen jetzt nicht, wir dürfen loslassen. Was heißt denn Killsteal? Du hast ihn nicht mal getroffen. So passt auf. Ein Spieler kauft eine XM und der Rest kauft Novas. Ja, ich mach das. Gar kein Problem. All rushen mit and hope for the best. Einer XM, der Rest Nova kaufen und alle rushen mit. Ich hab XM. Oh mein, ich hab ne AK. Aufs Beste wird gehofft, Mitte. Also das Wort da rein. Geil. Wollen wir doch mal hoffen. Wollen wir doch mal hoffen. Der wird sich aber auch echt fach. Die Waffe wechseln sieht nicht aus, oder? Oben stand einer. Bei den Doors. Hatten Smoke geworfen. Hab einen. K, K. Ja. Ja, K ist nicht erlaubt. Ja. Blintet. Blintet. Wird hier die nächste Runde. Oh, Zweier, Zweier kommt von. Oh, beide. Ja, ja, beide. Nice. Ja, nice. Jawoll. Gibt's da irgendwo Waffen, die man sich mitnehmen kann? Scheiße. Oh, ach du Scheiße. Also eine Karaoka ist die Taktik. Ein Spieler sucht sich einen Song aus und der Rest muss mitsingen. Ja, ich will singen. Oh nein, bitte nicht. Ey, dann such doch auch was aus, was ihr da kennt. Ja. Ahem. It's the final countdown. Wie machen wir den Ansagen? Oh! 代ideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide Oh nein. Ja DIX ist vorbei. Michael, du guckst dir einen Song aus wo nur einmal was gesagt wird? Ja... ein Wort, zwei Worten. Warte mir, sharing is caring. Everybody on the team has to get one kill! A player with a kill cannot attack or kill another enemy before everybody else have a kill too. If teammates die you may only kill the remaining enemies after everybody in your team has at least one kill. Okay, es ist ja einfach immer einzeln vorgehen. Einfach hier warten und immer einen zu einem Spot gehen lassen. Ja, jeder muss einen. Ja, genau, aber er kann ja einen zu einem Spot gehen. Wenn er einen hat, kommt er zurück. Grün geht vor. Komm Grün! Komm Grün, los! Hast du dem überhaupt was getroffen? Nein! Oh nein, einer hat und einer closed. Hab einen! Ich hab, wir dürfen! Ja, ja, ich hab auch einen! Wir hätten es früher sagen müssen. Dropper ist einer! Ach, dropper! Ja dann! Er ist aber früher gekillt, er schoss zu hinter mir! Wir haben gleichzeitig einen erschossen! Ach meinte, du Lobe! Ähm, so, drop the bomb at the spawn. Go to any site as a team. When the site is clear, you may go to spawn. Get the bomb, go back and plant. Kann einer was droppen? Ja, hier in der Acker. Also, ja, hier für Aaron, Black, auch nochmal eine. Hast du ja mal extra gehört gekauft. Bombe droppen hier am spawnen. So, und dann müssen wir auf... Ja, aufm Track! Hahahaha! Welche Position? So, dann clearn wir jetzt B, ja? Und dann müssen wir wieder zurückkommen. Ja. Genau, A clearn. Ja, ist ja egal. Einen Spot clearn, den... Dann müssen wir wieder zurück. Oh, ich bin... Der kommt hoch, oder? Ne, doch... Keine Ahnung. Einer hinter... Einer hinter dem Brunnen. 20 HP. Hinter dem Brunnen. Hinter dem Brunnen. Hinter dem Brunnen. Nein, hinter Big Box. Hinter Big Box. Hinter Big Box, einer. Nein. Hinter euch, passt auf. Hinter euch kommt einer. Geht dropper. Einer door und einer dropper. Einer door und einer dropper. Door war AWP. Noch ist nichts clear. Ne lang lang lang. Besides is clear, oder? Nein, ja. Ja, einer ist lang. Bombsport is clear. Hol die Bombe. Nein, oder? Hinten, links. Hinten lang. Ey, müsstest du ihm die Bombe holen. Ja. Wir können doch eigentlich auch anders hergehen. Willst du mich dropper hochboosten? Ne. Würde ich sogar eher machen. Guck dir nicht runter. Das wäre dumm. Ganz unauffällig auf jeden Fall. Du. Komm mit dir du. Geht nicht. Alles klar. Haben die rausgepatcht. Haben die rausgenommen. Ja locker. Wir müssen ihn ja nur töten. Au. Der ist auf dem Spot glaube ich. Jetzt ist der Spot nicht mehr sicher. Der Spot ist nicht mehr clear. Töt ihn. Dropper. Oh. Boah. Boah die Narbe. Wo? Wir sind eine G-Unit. Buy Mac-10s and do a drive-buy. Hätte er eh nichts gebracht. A preferred bomb. While singing 50 cent songs. Ja. Wir müssen 50 cent songs singen. Und drive-buys machen. Äh. Wir können ja rennen ja. Ich kenn. Äh. Candy Shop ist doch das. Äh. Das ist eh. Oh Gott. Wie ist das an denn? Ich schau. Ehhh. Und was war's? Das ist wieder so. Denkst sicher. Ja? Hier wie ist denn der? I don't know what you heard about me. Ehhh. Ehhh. Technologisches. I am Motherfucking P. I am P. Hehehe. Ehhh. Hehehe. Technologisches Teilhosen. Ehhh. Ehhh. Nee das war Timberland oder? Das hört ja auch nicht so an wie 50 Cent hier. Einer ist der letzte Dropper. Mit Chipper Lake und 50 Cent. Miniru. Candy Shop. Das ist schwierig, wenn man keine 50... The Looney Tunes. You may not shoot directly at an enemy and must instead trace his outline with your bullets and hope he runs away. Was? Ja, um ihn rumschießen und hoffen, dass er reinläuft. Alles klar. Ich... ich hab schon die Waffe dafür. Wieso macht man da nicht The Looney Tunes Musik. Das wäre viel lustiger. Aber ok, ne e. Para wär besser gewesen, haste Recht. Die Outlines, die Outlines. Die is da! Drum, rumschießen! Ich hab' mich vom Cord back. Ich hab' getroffen! Anna ist im Dropper! Ich versuch' ihn zu verscheuchen! Ich hab' den Gegner so umkreist, ne? Oh Scheiße! Er hat mich gesmoked, ich hab' ihn gekillt! Von hinten Dropper! Dropper! Er ist rechts und da ist er, hallo! Oh Gott! Oh Gott! Erstmal nachschlagen! Das ist so toll! Also für den Smok-Hill bin ich nicht der erste Smok-Hill. Ah! Talk like James Bond for the entire round! Using only the pistol of your choice! Ohne Witz, wir reden James Bond! Geschüttelt, nicht gerührt! Du meine Dickelfahrzeug! Mein Name ist James! Was sind ja nur seine Sprüche, aber nicht die Art wie er redet! Er redet glaube ich relativ cool und lässig, so... Ja, ich kann das! Ich geh' mal... Guck mal, wie für Gadgets für mich! Guck mal, was da gibt! Und lass' einfach locken! Dropper gehen! Ja, genau! Wir schaffen uns geheimen Gadgets, was und kann jemand töten! Einer ist vom Dropper! Er kommt jetzt langsam rein! Geh' zurück! Drei Stücke auf B, einer ist im Dropper drin! Einer frei! Das ist immer der Siegel! Und wir aufhalten! Das sagt er ganz offen! Einer ist im Dropper drin! Einer ist im Dropper drin! Das sagt er ganz offen... Ich bin also alleine... Wie immer! Das werden sie schaffen... Ich hab vor uns, die müssen auch schon treffen. Die anderen zwei waren noch 8. Einer, ich glaub einer ist sehr angeschossen mit 9 HP. Wer da? Drei Schuss, Boyd. Ja. Ich hab meine Gegner geschüttelt, nicht gerührt. Da lag da die Runde mit dem Revolver. Ist eh vorbei. Die Lizenz zum Töten. Rich Boy shout. The richest person on your team buys all the guns for your team. No one else can buy guns. You can buy armor and nades. Also ihr dürft armor and nades kaufen. Drop mal bitte ne Gun da. Hier gibt's ne Eco-Runde. Meins, meins, meins. Haben wir ne? Ja, jetzt müssten alle haben. Nice. Außer ich. Ich kaufe mir eine Biese an. Wir können auch tauschen. Wir können auch tauschen, hier. Wir können ja tauschen, hier. Nein, 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 nein. Kann der nicht? Nimmst du mal, wer die Bombe misst? Einer ist oben. Er müsste wieder runtergegangen sein. Aua. Er hat auf jeden Fall gekassiert. Oh leil. Einer hinter Bebockt, die Dropper rein. Dropper rein, nichts. Hat der gewinnt. Hat zum Zweige... Oh! Hat zum Zweige hinterm Boden. Oh! Oh! Ich kaufe euch nie wieder! Alle angeschossen! Ich kaufe euch nie wieder! Alle angeschossen, ey! Der ganze Spot ist low. Ich war grad am Husten und hab mich gemutet. Und dann stand der Gegner vor mir mit dem S-Toy. Zeichenwechsel, meinst du? Ja, dann müssen wir halt jetzt kommen jetzt die... Advanced Taktik. Teammates buy and give weapons to each other. At the end of the round, the buyer has to claim back his her weapon. Okay. Also ich kaufe mir jetzt ne... Hier meine Waffe, ähm... Hier, Alex, du kriegst meine Waffe. Gehen, Dalu. Hier, zeigen. Ja, Patrick, wir müssen einen Dreier tauschen machen. Hier, hier. Hier ist ne 5-7. Nice. Jetzt hab ich auch ne 5-7 von Patrick. NICE! NICE! Ja, also ich hab alle, was ich brauch. Ich hab Malthus. Ja, von Alex. Von B auf jeden Fall. Opposent Steps. Langen Plateau schon durch, einer ist unten. Einer ist Dropper. Ich hab uns den Headshot. Dropper unten? Dropper unten? Oh, die sind Dropper raus! Es lief dann doch nicht so gut. Malte, ich bin gleich... Nein! Alex, deine Waffe ist auf Lang-Down-Zeit. Vielleicht sie die Runde schaffen wolltest. Oh, Tom... Black Clancy's Rainbow Five. Bei Armour, Flashbangs, Smokes & Decoys. Zeus, Defused Kit & Silenced Weapons. Also das können wir grad nicht schaffen, wenn wir kein Geld dafür haben. Ja doch! Ich hab alles außer den Defuser. Ja, aber... Wenn du nicht den M4S oder USPS equipt hast, dann hast du den Knife. Okay. Wir müssen immer Crouchen oder gehen. Also nur Crouchen. Oder gehen. Ähm... Put dein Mikrofon zu I-Level. Ja, Crouchen ist aber ducken, ne, Jungs? Wir müssen nur... Wir dürfen 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 nur flüstern, ne? Okay, Leute. Warte. Er hat da aber griechen und gehen gesagt. Da kommt einer. Door and window. Da ist einer aus der Door raus. Achtung. Ich hab meine Kaufzeit, ist abgelaufen. Er hat einen 52er Hit. Warte kurz, ich muss das eben zu Ende lesen. Basebot belagert. Door Breaches must be done by at least three people. One to open, one to nade, and the third to support rifle. Da ist einer, Achtung, ein Gegner ist dabei in der Nähe. Tango, Tango, Tango. Alles klar. Tango, Tango, vor euch. Alles klar. Gehen vor, wir sind nicht zu dritt. Wir dürfen eigentlich nicht hier durch. Dann gehen wir durch den Wend. Der Wend, da ist ein Wend. Da dürfen wir durch. Da dürfen wir durch. Los geht's. Achtung. Da ist ein Gegner. Rechts soll uns glaube ich. Hast du noch Equipment? Hast du noch eine Nade? AAAAAAAH! Nein, nur... Flüstern und da schreit er auf einmal. Ja, dann bist du tot. Also... Wenn wir jetzt... Super detailed call out. Whenever you see an enemy, you must tell your teammate their high estimated age, what they are wearing, which skin they have, and shoes size. Also die shoes. Also wir müssen jetzt den Gegner sehr gut beschreiben. Wenn man ihn getötet hat. Nee, wenn du ihn siehst. Verrußt du mich mal in der Dropper bitte. Verrußt Italiener. Ja, das ist auf jeden Fall clear. Terrorist in der Mitte 30. Schuhgröße 53. Ähm... Bilder... Terrorist. Ähm... Braune Hose. An der Fenster raus. Oh, der ist Mitte 30. Das sehe ich! Der hat eine P90 auf jeden Fall. Ich weiß nicht welchen Skin. Oh, das war eine Globsbundseball. Ja, blau. Weißes Hemd. Du bist in zwei Schriftstoten Ja, klappt ja, was? Every time you kill an enemy, you must pick up the weapon he drops, including Pistols, and use it for your next kill Machen aber wieder einen Dropper-Boost einer Jo, kann ich machen CT-Taktiken sind um einiges schwerer bis dahin als die... Ja, auf jeden Fall Bei allem wenn du sowas wie Bonds hast Ja, die sind ja auch extra auf CT ausgedeben Ich weiß Die sind ja auch extra auf CT ausgedeben NEIN Du musst die Waffe nehmen dann Ja, hab ich ja einmal Oh nein, die Waffe liegt da oben Das war dann eigentlich ne gute Runde, 3 gegen 1 Wo sind wir? Auf Quattro Waffe nehmen Ja Hallo 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 Wir dürfen nicht Run, Forest, run Wir dürfen nicht aufhören zu laufen Wer will die AWP? Ah, legen wir mal eine 390 Oder gib mir die AWP Gib mir die AWP Gib mir die AWP Darfst du die Farmer? Ne, ich will das ausprobieren Ich wollt die Farmer's haben Oh, scheiße Die hab ich mir aber genommen Also im Kreislauf ist in Ordnung ne? Aber wir dürfen nicht aufhören zu move'n Scheiße, ich hab erst mal die Scope versaut Ich hab jetzt nichts gesehen Alex Weil ich muss zu sehr, dass im Kreislauf nicht die Tür rauslaufen Hier oben scheint es sehr clear zu sein Ja, ich geh mal durch Oh, da oben Fenster ist einer Ja, dein Fenster ist einer, das sind zwei Oh, ich kann leider nicht mehr drehen Grenade aus Bin ich's Patrick Da sind gerade nicht schlecht Die ganze Zeit einfach Huiiii Was mach ich hier eigentlich? Hier war noch auch was Geh wieder nach oben Ich hab die Bombe so... Nein hinter mir 24er Hit Bisschen ungenau die Waffe ne? Mike, da liegt ne M4 Und hinter dir noch irgendwo ne AK Da nur noch zwei Dropper, Dropper Das wär nur einer Scheiße Das ist gar nicht so einfach Also jetzt... Wir müssen... wir dürfen nochmal spielen Wir können eigentlich die Runde holen Ja, weil wir normal spielen dürfen Ja, weil wir normal spielen dürfen Leider im Dropper nur ein Revolver Und das ist... Und unten ist nix Dank schon durch Patrick Ja War was? Ja Hab ihn Leute, oben Patrick, oben einer Wurde die AK haben Na toh ist einer drauf Hier tauschen Tot Das ist neuer Nice Das ist neuer Ja, das sieht neuer aus Ja, nice Sieht neuer aus, Leute Ja, sieht eigentlich ganz echt ganz schick aus Kann ich mal die AK? Was denn für ein Ding? Die neue AK Jemand in AK? Ja Ja So So You must play around Whilst not stopping to press A And D Oder shaking it off Also was wir nicht gerade gemacht haben So ich das richtig? Ja, wir müssen die ganze Zeit strafen Auch wenn wir vorwärts laufen Shake it off Shake it off Shake it, shake it, shake it off Das ist richtig schwierig Da auch noch... Ja, aber was wenn du stehst? Ja, musst du halt auch die ganze Zeit Yes Ach man ey 5.9.3 Er ist Lone Dropper P9 wäre besser gewesen Aaaaaaah Ich hab einen Hab zu FAP Also ich seh da einen nicht shaken, ey Alex Ich shaker jetzt Shake shaker Ich drück die glaube ich ist die Rolle immer Shake your booty Shake your booty Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Raus aus dem Truppe Ich will nicht aus dem Truppe Ich will nicht aus dem Truppe Ich drück ganz schnell die Tante Ja, meine bevorzugen Ich lass scheinmal den Finger länger auf der A-Taste drauf Lange ist auf jeden Fall noch was, ne? Hallo Alex, es sind immer noch 4 am Leben Alex, es sind immer noch 4 am Leben Aber einer hat nur 5 HP Das sieht scheiße aus Die könnten auch A kommen, ne? Ja, ich dreh mal wieder um Ach Ja, das ist Das ist Das ist Das hört sich so bescheuert an bei jedem einfach Oh, da ist einer lang Zwei Ah, ich hab einen Ach, scheiße, das war doch noch der Low gewesen Jetzt muss ich den Molly werfen, ach du scheiße Jetzt Juhu, das ist klapp Einer 88er hit, meinte ane doch Ja, ich muss sie erst mal Ich muss sie erst mal finden Oh, komm, das ist so ekelhaft Nein, ich könnte mich gar nicht zum anderen drehen, das schöne Hedi Dörke Dörp But don't drop the Omp The whole team must buy an UMP And can't use any other gun for the entire round Anytime you one of your UMPers kill someone They must say don't drop that Omp a bump Just like the song, don't drop the... Oh nein, scheiße Ich brauche eine UMP Ich brauche eine UMP Mike, Walter, ich brauche eine UMP I just ampedumped you Oh, just ampedbumped you Walter, ich brauche eine UMP Also, wir müssen... Warte kurz, ich kopiere hin I just ampedumped you Das hier müsst ihr in den... Müssen wir in den Chat schreiben Alter, wo schießt denn diese Waffe hin? Oh, oben, ähm, Mami, wir... Äh Der hat's kopiert, Alter... Zwei Stück Dropper, beide low, oben Oh, äh Nein, nein, ich muss schreiben Nein, das war unfair Don't drop an UMP a bump Beide B lang Einer Dropper Einer Dropper, einer kommt lang Nee, sind beide lang Ja, beide lang, beide lang Oh, lol Einer sind 57, der andere 94 Beide low Einer 6 und einer 40 Gut, dass du es nochmal für ihn ausgerechnet hast Die andere hat 6, oder? Don't drop the amp a bump Der letzte? Hm... Nee, der letzte hat 43 Oh, der hat auch die Bombe, oder? Und der letzte hat Ant Und der letzte hat der 6 HP? Naja, 40 Naja, 40 Amp bampi mal Amp bampi mal Don't drop that Amp bamp Ja! Schreiben! Schreiben! Was kommt jetzt? Hold tap? Oh, wir müssen jetzt die ganze Zeit tap drücken Wie sollen wir denn dann schießen? Hä? Das geht doch Das geht doch Wir müssen die ganze Zeit tap drücken Also die ganze Zeit den Score anzeigen Also die ganze Zeit den Score anzeigen Das ist gut Seht nichts Oh, wie soll ich denn so jetzt AD drücken? Das mit dem Daumen? Hey Na ja, uns passt die, oder? Ja Immer zu Dalu Na gut, dann crowd Kann ich halt nicht crouchen Ich glaube Dalu braucht Hilfe Oh, bei mir ist einer Oh nein! Kann ich crouchen? Ja, ich kann auch nicht crouchen Hö, da war einer! Ich hab ihn nicht gesehen Alter, ich seh die Gegner Alex waren drei Leute Das wird wahrscheinlich ein A Dalu verschiebt Ich bin jetzt mal die Stimme für Dalu Dalu geht Fenster Äh, Dropper war einer Dropper war einer Man kann halt nicht so schlecht sehen On-Spot, A ist hier Dropper sieht auch hier Ein A ist ein Gegner Oh, ey, das war Genau darüber waut Is er MVP Das ist halt scheiße in dunklen Ecken Da siehst du dann halt gar nix Stimmt Patrick, noch zwei Einer von denen ist sogar noch low Oh, die wollen wir jetzt gar nicht hier Also für die nächste Runde heißt Nemesis Jeder sucht sich einen Gegner aus und den muss er töten Ich nehme... Ich nehm Ratz. Ich nehm den Ratz. Ich nehm Y. Ich nehm den, Peter. Ne, du darfst Massurgei. Ja, der ist doch die Kuh. Ja, der Bulle. Irgendwann, ihr seid so... Ich geh jetzt nicht Dropper, weil dann kann ich mir den Gegner nicht aus... Ja hier, ich möchte aber... Nein, 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 die M4! Du konntest nicht meine M4 nehmen! Im Dropper kann man sich den Gegner nicht wählen. Peter, ich so den Peter. Das Ratz, Ratz ist B lang, Leute! Ich kann nicht schießen! Wo ist der? B lang! Ich stehe da mit der AWP und der weiß, wo ich bin. Wo ist Y? Ah, hinter mir ist was? Er ist immer noch da! Jetzt kommt er! Da ist Ratz! Y ist bei mir! Y ist bei mir! Hilfe! Da ist XT irgendwie. Dropper ist einer. Y darf ich? Die Kuh ist im Dropper! Ist 20 AP low! Ich bin tot, du kannst ihn auch töten! Jetzt darfst du alle töten! Jetzt darfst du alle töten! 20 AP Dropper! Da ist auch noch einer! Ooooooooh! Scheiße! War der schon schwer! Es ist ein M4rder-Mystery... Ah, wir haben wieder den M4rder. Die M4rder. Haben wir wieder. Das war... Ja, dann sollten wir am besten zusammenlaufen. Refrack oder nicht? Ja, ein Refrack. Whenever ein teammate is killed, you must kill the killer before you can dispass any other enemy. Lass mal unten Water gehen, ne? Alle. Gucken, ob wir einen rausholen können. Genau, geht mal Water und ich fang so irgendwann lang ab. Man sieht die Namen so, die schießen, die gehen. Das ist unfair. Ah, oben! Hab ihn! Da war noch ne Aave! Da war noch ne Aave! Oh, hier ist ne Aave! Komm mal die Aave her! Hier ist ne AK? Nein, nein, AK. Aber gut, wenn noch keiner von uns froh ist, dann können wir ja nochmal mal spielen. Das ist gut. Wenn ich jetzt Daluer schießen würde, müsstet ihr die unter mich töten? Ja. Dann geht's ja immer so weiter. Also keine Teamkills, Jungs. Ah, hinter oben, 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 oben! Oh, hinter der Tür, hinter der Tür, hinter der Tür! Haben wir! Ich hab den Killer getötet! Junge, der Typ hat sich mit der AK nicht gebacken, kriegt ihn hinter der Tür zu töten. Würdest du den überhaupt töten, Malte? Ja, nee! Nee, eigentlich nicht! Malte hat verkackt! Ich hab... Ja, du hast unsere getötet. The richest player must buy weapon. Ich hab den richtigen gecast. Ja, du hast den oben. Wer ist denn den richest? Der reichste, der darf die Spieler wieder versorgen. Das bin ich schon wieder. Nee, du, Mike. Du darfst die Spieler versorgen. Aber ich hab schon ne Waffe. Nee, jetzt sind alles andere dürfen die Spieler drauf. Gib mir ne MP7. Gib mir ne MP7. Gib mir ne MP7. Äh, Patrick? Ja? Irgendwas? Was willst du? Ja? Pistole... Nice! Aber das ist doch ne normale Runde. Das ist doch wieder gut. Die können wir dann wieder runter spielen. Na gut, ich hab ne F7 jetzt nur. Scheiße. Ja, genau! Durch die Smoke. Hilfe! Wie sollten ihr schon wieder ne AWP? Oben schon! Oben schon! Ach, jetzt kommt er oben. AWP. Guckt auch oben. Ist auch Plateau. Guckt immer noch zur Big Box. Bei mir sind es zwei gewesen. AWP noch und äh... Ah! Oh Mike! Rechts war auch nur einer. So. Bane. Turn your headset so that one ear cup is over your mouth. And the other is on the back of your head. Speak Bane's accent when using voice... Wie spricht denn Bane? Was? Ich hör nicht gern. Hallo? Hört nicht jemand? Was für'n Akzent? Mein Headset ist einfach zu klein. Ich hör euch sowieso nicht mehr jetzt. Mein Headset ist zu klein. Ja, das läuft auf jeden Fall. Ich weiß nicht was ihr ansagt, aber ich geh jetzt wieder in normale Position. Wie spricht Bane eigentlich in welchem Akzent? Das Schlimme ist, ich hör euch nicht. Ich bin tot. Tipp mal drauf, dass bei euch unten was jemand ist. Ich mach jetzt einfach mal alleine. Ich hör euch eh nix. Ich hör euch eh nix. Ihr könnt ja nix sagen. Ein linkes Auge gut wehen. Eine Ordnung. Also wie sieht's denn so aus? Ich hab einen. Hier liegt ne Ak... Oh. Das ist ne AWP irgendwo. Da ist ne AWP oben. Ähm... Mitte oben. Falls mich jemand hört. Der so'n Hitze zu laut hat. Ja, ich hör das. Hinter uns ist ein AWP. Schreibt man mich überhaupt, hallo? Nell defusing. AWP ist hinter uns. AWP ist hinter uns. AWP ist hinter uns. Dropper! Dropper! Letzter! Zäh durch! Zäh durch! Zäh durch! Zäh durch! Zäh durch! Ja, nice! Hinter Backbox! Alex, hinter dir! Ich seh nix! Ich seh doch nur alles auf ein Auge, Mann! Sehr schön. Ich hab... Ich konnte euch leider nicht hören. Also... Ja, ich auch nicht. Einer aus unserem Team ist der King. Also... Die anderen sind Diener. Diener sind schwach. Ich hab die Krone. Wir dürfen... Naves und Knives. Okay, also Patrick ist der König. Die anderen dürfen nur... Naves und Knives benutzen... Äh... Scheiße! Du, der King darf alles kaufen. The servants literally do everything to keep the King alive. If the King dies, servants must try to win the round without... Laying glass. Wieso? Wir müssen mal... Oh, ich muss mir noch schnell... So, Knife und Nades. Okay. Ich hab keine Brandgranate. Schon mal echt. Bei mir ist einer! A und Water! Okay, ohne... 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 Ohne Knife! Wer ist der King? Äh... Wer ist ich? Scoreboard! Grün! Und ist einer! Hilfe! Da ist Nawil P! Leute, die Runde verkacken! Der King schießt seine... Alang, Holz! Alang, Holz! Ich bin tot! Ist das der König gewesen? Nein! König, ich bin hier! Sag, was ich meine! Ich kann einen Smog werfen! Äh... Ich hol den jetzt einmal Holz! Lenk ihn ab! Macht ein Händchen oder so! Den hab ich gleich! Jetzt mach ich ihn! Ich mein das! Ich hätt ihn gehabt! Ich hätt ihn gehabt! Ich hätt ihn gehabt! Nö, hast du nicht! Ich hätt ihn gehabt! Hier unten ist einer drin! Water ist einer drin! King! Ich stell mich vor dich! Jetzt war ein Brett der dann! Immer noch Water! Er guckt hoch! Er guckt immer noch hoch! Er steht mitten im Wasser! Mein König, ich geh vor! Er geht! Er guckt Connector! Er guckt Connector! Nein! Nein! Ich muss die Runde gewinnen ohne jemanden zu töten! Er will dich aber mehr! Ja, also ich war fast mit der Bombe dran! Er schummelt schon wieder! Zweite Mal! Ich hab wieder ne Nade! Ja, wie soll man den denn? Ninjan hättest du! Hinter dir! Das Spiel gab! Das war's schon! Das war's schon! Wir haben fast Maximalrunden gespielt! Gar nicht schlecht! Oh, ist das scheiße! Der ist eine Deagle-Manner! Oh, ziemlich viele Drops hier! Jeder kennt was! Instant D-Rank, ey!